Jabbatabadu, da sind wir wieder bei Welt 5.3. Ich hoffe, dass wir hier waren das letzte Mal. Ich bin mir das gerade nicht mehr so sicher. Bin ich, ach, was soll's. Ach, ich kann diese Dinger da auch abschießen. Wusste ich nicht. Das erleichtert mir ja so rein gar nichts. Weil ich die erste Mal treffen muss. So. Wie ihr seht, haben wir wieder 5 Leben. Und ja, es war diese scheiß Welt. Entschuldigung, aber scheiße. Ja, und wie gesagt, ich werde nie mit diesem Bug arbeiten. Nein, auf keinen Fall. Nö, überhaupt nicht. Nein, ich hab's auch jetzt überhaupt nicht gemacht. Man sieht auch nicht oben in der linken Ecke, dass ich jetzt auf einmal wieder 5 Leben hab, anstatt 4. Aber ist ja egal. Ich mein, es geht ja nur mehr um den Spielspaß hier. Und wenn wir das tausendmal machen müssen, gibt's einfach keinen Spielspaß mehr. Und daher ist mir das jetzt ziemlich egal. Ich werde es jetzt die ganze Zeit so machen, dass wenn ich draufgehe, dass ich dann, ja, sozusagen, einen Rage Quit mach. Und dann einfach auf einmal wieder 5 Leben habe. Ist doch eine gute Idee, oder? Komm schon. Nicht mal ein Mini. Scheiße! Nee! Ich war zu lang. Ich war zu schnell. Aber jetzt, jetzt schaffe ich's wirklich. Das, das, das könnte mir glauben. Und wenn ihr mir jetzt glaubt, seid ihr cool. Ich glaub's mir nicht mal selber. Also bin ich jetzt nicht cool? Doch, ich bin der coolste. Das, das weiß ich doch. Ja, und Leute, ihr braucht nicht in die Kommentare schreiben, dass ich nicht cool bin. Das weiß ich selber. Hm. So schlau bin ich auch wieder. Dat ich dat weiß. Ich mein, hör mal. Hör mal. Wenn jetzt hier wer nicht cool ist, dann bin ich dat. Dat, dat ist schon mal klar, ne? Also, da brucht, brucht ihr ja nischt streiten drum. Ich bin ja sowieso da nicht cooler Reste. So, schlimm wird's nur mehr, wenn diese Viecher dann noch in Geschwindigkeit. Nein! Geschwindigkeitsupdate haben. Ja, jetzt tue ich das einfach mal so. Wenn die nämlich schneller sind, dann wird's richtig arg. Dann wird's richtig happig. Da freue ich mich schon voll drauf. Da hat man nämlich keine Chance mehr. Nee. Mit der Dauer wird's schon ein bisschen nervig. Also, jetzt ehrlich. Weil man immer wieder von vorne anfangen muss. Nur wegen solchen mini, mini, mini kleinen Fehler. Ja, genau. Schaffe ich's hier rauf? Ja. Da bin ich jetzt wenigstens safe vor den ganzen Viechern. Und da hab ich's auch schon geschafft. Ja! Die Welt abgeschlossen. Nee, nicht abgeschlossen, aber... Oder? Weißt schon? Nee. Jetzt kommt noch das Kassel. Büsch, du Depper. Das glaubst du aber nicht. Ach, okay. Ich kann die Viecher abschießen. Üpsi. Schätzelein. Wüsste ich nicht. So, jetzt hier. Und bloß warten, bis diese Kugel vorbei ist. Nee. Jetzt. Mist! Ich bin da drauf geküpft. Das habt ihr gesehen, oder? Bin ich doch. Dieses Spiel riecht so ganz, ganz leicht auf. Frag mich nicht, wieso. So. Warten. Warten. Hüpfen. Ey, dumme Schnecke. Jetzt ehrlich. Wie dumm kann ich schneckig sein. Ey, ich schneck die weg dann als nächstes Mal. Und wieder zurück zum gewohnten Spielablauf. Hier sehen wir ein Kleeblatt, wie es runterfällt. Dann sehen wir mich, wie ich runterfalle. Dann sehen wir diese komischen Stacheldinger. Dann sehen wir eine Schnecke. Kann ich diese Schnecke abschießen? Ja, ja, sicher kann ich das. Ich kann jetzt aber nicht abschießen. Nee. Ach, doof. Aber ich habe die Schnecke abschießen. Schossen. Nein. Fuuu. Fuku. Fukushima. Auf den Schock trinke ich jetzt erst mal ein Wasser. Nach der erfolgreichen Bewässerung meines Halses geht es wieder weiter. Bei Labsworld.hdi. Ja, was für eine Freude. Kann ich nur immer wieder dazu sagen. Es ist echt herzerwärmend. Was für eine Freude hier aufkommt. Ja, toll. Jetzt wurde ich getroffen. Ja, ich bin glücklich. So, bitte nicht treffen. Nein. Ja. So. Immer auf Nummer sicher gehen. Ich wollte gerade sagen. Ich hoffe, da kommt keine Lava. Nee. So, ich hoffe es. Nein. Es hat nicht gescheiße. Wie ich beendet habe, hat es gar nichts gesperrt. Das heißt, ich war noch nicht mal bei der Mitte. Ach, Mensch. JAHU. Es regt auf. Wisst ihr das? So, jetzt mache ich euch mal ein Tutorial. Ihr drückt auf Home-Knopf. Dann drückt ihr zweimal auf den Home-Knopf. Dann bleibt ihr hier oben. Drückt auf das Minus. Drückt auf den Home-Knopf. Drückt wieder auf Spiel. Und dann startet neu. Drücken auf Play. Slot 1. Dort, wo das Spiel gespeichert haben. Und wieder viel Lappen. Das ganz toll. Oh, 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 oh. Das war knapp. So. Das war mein Tutorial. Wie... Wie cheater ich Lapps World? So, hier. Gut, nein, schlecht, scheiße, gut. Gut, scheiße, passt. Egal. Jetzt gehe ich halt einmal drauf, wenn ich muss. Dann muss ich nicht mehr diese Scheiße machen. Habe ich halt nur mehr drei Leben. Drei Leben. Äh, Leben. Leben. Flanzösische Leben. Jetzt neu. So. Hier rüber. Da rüber. Da springen. Rüber. Rüber. Springen. Rüber. Rüber. Springen. Rüber. Rüber. Gut. Gut, gut, gut. Nein, schlecht. Scheißdreck. Woher kommen diese blöden Wespen da? Ey. Hauptmann, ich hoffe, es hat nicht... Ah, ich glaube, es hat... Nein, es hat gespeichert. Ach, egal. Ist doch egal. Ich meine, mehr als Game Over gehen und nochmal die vier Welten machen. Können wir eh nicht. Ich meine... Ich meine... Okay. 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 Nein! Junge. Okay. Einmal probiere ich noch und dann... Muss ich die ganze Zeit Rage quitten, weil wenn ich dann... Game Over gehe... Dann ist es ein bisschen kacke. Muss ich alle die Welten nochmal machen. Und es will ja mir keiner anmuten. Zumuten. Nicht anmuten. Ngaaa. Bis zum nächsten Mal.